Oh, die Kämpfe ziehen wir mal los hier. Wo soll ich da noch hin stecken? Was? Ich hab von hier auf hier nichts gesehen. Ich war zwischen den beiden Mann! Was? Da spürt der nix. Du hast nur die Pektorale getroffen. Ey! Wo viel ist die Pektorale getroffen? Das hab ich nicht gemerkt. Ja, das erklärt einiges. Der Drucker war aber auch... Nee, er war dann irgendwann drunter. Ich war hinten rum. Ja, da war der Rücken getroffen. War er dann aber schon lange durch. Wie gesagt, den hab ich nicht gemerkt. Pugnate! Pugnate! Ja, Oberschenkel! War gut, 2-1! 2-1! Pugnate! Daneben! Weiter machen! Daneben! Weiter machen! Ja! Da, ne! Ja! Dass mir das mal gelingen wurde. Sagen weinen! Es ist sicher dear. starch! O entsprechend.